hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir haben montag 19 dezember für manche schüler ist heute schuhfrei auch egal hier wir öffnen heute das adventskalender bei dem ersten penny adventskalender kommt eine glöcke zum vorschein wie ihr schon sehen könnt bei den zweiten penny adventskalender müssen wir weiter runter gehen nämlich dahin da kommt jetzt was es ist wohl die stern schnuppe die ist nur ungünstig gefallen so bei dem minions adventskalender den sowohl im aldi als auch im penny gab ich ihn aber aus dem penny habe das mit da das türchen öffnen und da kommt jemand auf den schlitten hervor passend zum heutigen wetter glatteis teilweise bei dem heutigen kaufland adventskalender türchen kommt jetzt was es ist der mond bei dem holzler adventskalender aber natürlich auch ein tüchen etwas breiter in dem fall die lassen es mal so dahin stehen hier so hier bei dem aldi adventskalender sieht man es da ist das türchen kommt natürlich auch das mit dem schlitten her vorne sage ich mal bitte like das video lassen abo da wir sehen uns dann morgen